Leute, ich habe ein Spiel erfunden, das heißt, wo ist Herbert? Es ist ja schwer und kompliziert und nicht für kleine Kinder gedacht, ja? Ja, also, wir beginnen mit dem Spiel. Wo ist Herbert auf diesem Bild? Wo? Wo ist Herbert? Und auf diesen? Wo ist Herbert? Wo? Wo ist Herbert? Wo? Wo ist Herbert? Was ist mit dem? Wo ist Herbert? Wo ist Herbert? Und was ist damit? Wo ist Herbert? Wo? Wo ist Herbert? Wo ist Herbert? Wo? Wo ist Herbert? 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 Wah!